so was los hier bleiben die gegner jetzt seid ihr denn naja in manchen dungeons haben sie doch irgendwie so rausgenommen das soll dass wir die leute doch hier wir haben alle mehr leben mehr leben durch warten ich irgendwie fiel ich hier alter warte mal die nicht jetzt nicht mehr jetzt haben wir getötet und irgendeiner bach hier ach so aber ist kein dungeon aspekt hier jetzt gewesen hatte aber diese explosion die hier kommen was im weg hier oma jünger der mutter ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ach so tatsächlich weg mit euch weg mit den vorräten hier ist ein champion gut rote kanalisierung elite gegnerin ist das ja sogar ich brauche mir jetzt war die explosion hier von dem dungeon die verursachen aber ordentlich schaden nicht mitgekriegt ist das so ein aspekt von dem also so ein negativer handicap genau aber dafür machen wir zehn prozent mehr blitzschaden robert genau das merke ich auch schon ja also gerade bei der kälte hier bei der kräfte anrufen merken schrei doch nicht so mensch die alte hier ok es 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 du es 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 Gebt euch nach, Brutstätte. Ist hier. Da sind wir jetzt zwar. Ja. Musst ja hier sein, ne? Durchsucht die getöteten Dorfbewohner. Nach Laborschlüssel. Hier. Das ist ein Krebs da. Nichts über mir. Die ruschende Monstrosität. Ist aber nicht so schnell geruscht. Du meinst wahrscheinlich Monstrosität. Monstrosität. Monstersität. Menstruität. 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 Hier. Monstrosität. Monstrosität. Ja. So. Die Spelle sind irgendwie. Geht nicht aus. Zweig wie ruhig ist. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Hier. Ich bin noch mal. die Luft da. will. Findest du mal genau. Okay. varla tot. Hier ist noch ein Albtraum siegel. Mann Ach, die Bußer-Lauter ist ja nichts von dir Ich hab die Parade auf die Zugehörung Ich hab die Parade gerade bekommen Oho, Achtung, es explodiert da Ich bin noch nicht bereit. Oh je, oh je. Ich bin noch nicht bereit. Oh je, oh je. Ich brauche mehr Rissens. Alles gut. Ruhigerregende, huschende Monstrosität. Oh oh, ich bin echt tot ruhig. Alles gut, noch überlebt. Okay, gut. Sehr gut. So, hier sind wir so ein Leiche. Oh, der Bohrschlüssel ist in den Grund. Da war er. Müssen wir hier hin? Da war er. Verschlossen. Nimm noch einen Schlüssel. Tod. Hä? Achso. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder auf der anderen Seite. Verstehe. Okay. Verspriehe. So. War doch schon durch eigentlich da. Wo, 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 wo. Was ist das? So, ich bin ja hier. So, jetzt haben wir. Nein. Jetzt haben wir es. Wir fallen in das Labor. Jetzt haben wir es. Ich bin noch nicht bereit. Ich mach erstmal hier die Deko kaputt. Die sind vereinzelt hier, sollen sich mal zusammenrotten. Hier kommt ein ganzer Mob, glaube ich, jetzt. Was ist denn hier los jetzt, Alter? Ach, du bist da unten. Soll ich erstmal zu dir kommen, na? Ich komm zu dir. Können wir die hier zusammenrotten. Können wir auch machen. Ich komm hier ein bisschen her. Komm her, hier bitte. Die ist tot erstmal jetzt. Die ist auch in ihr Zeit. Weil er ist ja hier voll nerven. Oh, jetzt hat er mich schon wieder eingefroren. Schwinde, du einfach. Oh, der zückt mir auf das Ohr, ey. Unter der Ohr muss ich hier noch. Meine Güte, ja. Okay, er ist tot. Oh, ich sehe hier gar nichts mehr jetzt. Nee, echt, ey. Oh, da liegt ein Legendary schon mal. Und da ist's überhaupt nicht. Äh, ja, schnell. Fort weg ist. Äh. Man, der Hellung geht auch immer drauf, ey. Oh, dear god. Alle Skelette tot, ey. Okay. Ich bin aber auch unendlich froh. Was ist das denn für mich? Boah. Überall. Och. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Hier ist ein Schrein hier vorne. Fügt Gegnern regelmäßig Schaden zu in der Nähe. Okay, dann werden wir mal schnell. Ich brauche mehr Zeit. So kann man arbeiten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da ist immer noch welche unterwegs, ey. Okay. Boah. Boah. Perfekt. Ey. Alle drauf. Ah. Ah, erledigt das mal meine Skelettchen. Mach das mal bitte da. Ich auch. Du vom Aufstieg. Hm. Ich auch gleich. So. Oh. Siegelchen. Wunderbar. Oh. Was hab ich? Wollte dich aufrüsten? Wir wurden getrennt. Meine Freunde sind tot. Alleine werde ich bald sterben. Töchstisch. Oh. Was hier? Robert hier ist noch. Also ein Event ausgelöst. Sorry. Ah ja. Okay. Ich hab noch schnell die Glyphe. Äh. Ausführen. Was ist das hier? Ja. Na ja. Wir halten noch ein bisschen durch. Ich hab keine Angst. Wir brauchen hier Zeit. So. Sind wir nicht immun hier drin sogar in der Kuppel? Wenn die von mir hier stehen. Okay. Achso. Aber die können ja mit reinkommen, ne? Und ich glaube, dann ist zur Praxis wird immer ledig. Ah. So. Okay. So. Was ist denn jetzt hier? Was will der denn? Oh. Er ist ja hier. Hey. Was hast du da? Die Truhe hat so eine Tasche gehabt. Ja. Entferst du dabei gehabt. Na gut. Okay. Wunderbar. Er ist noch ein bisschen Gold. Mal mitnehmen. Mal mitnehmen. Was kriecht hier unten nur noch rum, oder? Naja. So, dann geh ich erstmal zurück. Ab in die Stadt. Mal mitnehmen. 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 Mal mitnehmen.